Willkommen bei Golf mit Gottschalk. Mein Name ist Roman Gottschalk und ich begrüße euch zu der Premiere von meinem neuen YouTube-Channel. Ich nehme euch mit auf die schönsten Golfplätze der Welt. Ich berichte über aktuelle Golfturniere. Ich treffe Golftechniker, schlägst dann deine Bälle hier raus auf die Range, bist aber hier auf dem Screen auf den virtuellen Golfplatz. Und Sportmediziner. Und in der Position drehen, weil dann ist der Oberkörper geöffnet und dann drehst du leicht da oben. Okay, mhm. Puh, hol mich raus hier. Ja, genau. Es geht auch bei Golf bei schlechtem Wetter. Ich habe hier Feedback, ich kann hier mit richtigen Bällen spielen, ich kann hier wirklich cool trainieren, ich kann meine Fortschritte viel besser tracken. Ich spreche mit Pros und Anfängern. Ich kann Golf spielen, und mein Vater kann nicht Golf spielen. Denkt er. Denk ich zumindest.